Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Part. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich hab Lust. Vom Prinzip her haben wir das Spiel fast durch. Gnadia, was? Was ist denn das jetzt wieder? Oh, Gift ist Geld. Okay, mit Giftwafften töten bringt mir Geld. Das Problem ist, ich brauch Geld nicht in diesem Spiel mehr. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier die Hauptquesten von ihr hier machen. Der Rest ist eigentlich relativ egal. Und Clara muss ich genau hier treffen. Einfach mal gucken, wie lang das jetzt noch geht. Ein interessanter Text. Was machst du da? Dir gehört meinem Papa. Hab ich geliehen. Ja, du sagst. Ich kann nicht mehr. Die Geheimtreffen. Die ganzen Proteste. Die Freunde, die plötzlich verschwinden. Er ist zu stark. Und jetzt willst du einfach ins Kapitol spazieren und Castillo Papis Knarrer in den Kopf halten? Nein. Ich werde eine Armee aufbauen. Und dann bringe ich Castillo unter die Erde. Klappt ja bisher. Du glaubst nicht, dass ich es schaffe. Ich habe es gesehen. Falsches Spiel, Foreo. Meine Mutter hat immer gesagt, Träume sind für reiche, hellhäutige Yarana. Wir? Wir träumen nicht. Wir überleben. Du wirst Yara nicht befreien, indem du Castillo tötest, reiche Göre. Es gab bisher keinen weiteren Stream zu dem Spiel, was du ansprachst. Wir haben jetzt alle. Clara. Clara. Willst du mir verraten, warum du mich zu meinem Waisenhaus gebracht hast? Er wird verlieren, Dani. Bald stürmen wir das Kapitol. Und jetzt will Castillo eintreffen. Du machst Witze, oder? Sag mir, was du denkst. Ihr seid euch schon begegnet. Ich denke, Castillo ist uns zwei Schritte voraus. Und er wird erst aufhören, wenn ihm eine Kugel im Schädel steckt. Und dann was? Töten wir auch seinen Sohn? Der Sohn ist eigentlich ganz friedlich. Wieso lebt er noch? Juan hatte die sichere Info, dass ein Castillo in dem Hotel ist. Es war nur der falsche. Du hast dein Junge am Leben gelassen, damit Castillo dein Todesurteil aufhebt. Aber das Ding ist, Dani. Du hattest recht. Wenn Yara eine Zukunft haben soll, dann müssen seine und unsere Leute hier zusammenleben. Es ging nie darum, Castillo zu töten. Nur ihn aufzalten. Und dann Yara zu befreien. Für uns alle. Eine schöne neue Knarre für mich. Deine Entscheidung stand längst fest, oder? Yara braucht eine Anführerin. Keine Märtyrerin. Viva Libertad, Dani. Ja, alles für Liebertad. Muss ich nur noch den, äh, auch nieten, ne? Sind wir jetzt damit dann jetzt eigentlich bei der Finale Mission mal endlich, oder? Okay, einfach nur eben kurze Knarre abgeholt. Soll ich jetzt da einfach rein spazieren und versuchen, den umzulieten? Hm. Ich port mich einfach mal eben kurz weg. Eventuell redet die Frau dann. Ich geh sogar extra auf Libertad's Insel. Danni, tuk dich an der Werkbank aus. Ich werd's auch keinem verraten. Jo, mach dort. Ist nett, wenn du mich nicht verrätst. Es ist im Übrigen, äh, schön, wenn ihr euch für die einzelnen Streaming-Projekte, vor allem die Just-for-Fun-Streams, interessiert. Aber mich, äh, ich freu mich eher, wenn ihr nur über dieses, äh, Projekt redet, wenn die auch dran sind. Ich glaub, mein Job ist es grad wirklich einfach, in, äh, deren Hauptbasis einzudringen. Hm. Ja. Wahrscheinlich muss ich jetzt wirklich einfach die letzte Schlacht anfangen. Dann machen wir das auch noch. Dann können wir mit dem Projekt wenigstens endlich abschließen. Hab ich den Wagen schon? Ja. Nehm ich. Ist gekauft. Na, durchkommen, Vogel. Steiger ihn. Zwei verrückte Vögel dringen jetzt in die Hauptstadt ein. Ich weiß gar nicht, ob der Wagen hier durchpasst. Ich glaube nicht. Wenn ihr still seid, befreie ich euch. So. Wo komm ich rein? Da. Danke, dass du mir den Weg zeigst. Wir treffen uns an der Statue von Eldra, die haben außenfreies Voranzer? Jetzt. Was ist doch alles da los, Juan? Das ist Clara. Scheiße, komm einfach her. Das ist Tag X, Dani, Tag X. Ach, Mist. Die Löwengrube. Ja, wir machen das jetzt hier noch zu Ende. Weil dann können wir mit dem Spiel wenigstens endlich abschließen. Ich komme, meine Statue. Ich komme. Und dann liebkose ich dich. Nein, das werde ich nicht. Ich bin zwar manchmal wie Sugar, aber so sehr auch nicht. Dies ist eine Einbahnstraße. Okay. Das ist ja schon mal so eine Andeutung darauf, dass das die letzte Mission ist. Äh, das Scharfschützengewehr werde ich wahrscheinlich dann nicht brauchen. Dann nehme ich einfach... Äh, ich nehme meine besten Sachen und kämpfe damit. Warte, ich habe da noch Besseres. Hm. Ich überlege gerade. Damit kämpfe ich und der Rache-Bogen kann ruhig drin bleiben. Okay. Chica-On darf drin bleiben. Dann nehmen wir diese Einbahnstraße mal an. Weil das ist bestimmt die letzte Mission. Äh, ich habe gesagt, sie soll nicht gehen. Ich habe es ihr gesagt. Wen meinst du, Clara? Juan, was ist los? Er hat sie, Danny. Er hat sie geschnappt. Clara. Castillo wollte reden. Nur die beiden. Er meinte, der Krieg wäre vorbei. Lieber klar hätte sie gewonnen und er würde nur nach einem Ausstieg suchen. Damit hat er sie gekriegt. Und kaum waren wir an der Küste, griffen Castillos unter unseren Konvoi an. Scheiße. Und was jetzt? Wir beide greifen El-Präsident des Privatinsel an. Bitte! Hilf mir! Schlaf mich raus! Die Tschetschenen nennen es Elefant. Schneid den Schlauch durch und sie verraten ihre Mutter. Ja, dann erzählen sie dir, was du willst. Welche Größe hast du? Supremo an oder aus? Hm. Wir gehen leise rein. Jeder Soldat auf der Insel wurde von Castillo rekrutiert. Also bleib auf Abstand. Das sind Elite-Killer. Verstehst du das? Okay. Ich suche mir eine Scharfschützenstellung. Du gehst zum Haus. Ich schätze, die Familie sitzt gerade beim Amtessen. Jetzt muss ich hier aufräumen. Und habe natürlich nur zwei Waffen. Was ist denn das für ein cooles Gewehr? Du musst mich einfach an einer riesigen Klippe zurück. Gar kein Problem. Alles steht gerade nicht zur Verfügung. Okay. Äh. Aber wenigstens den Kletterarten habe ich. Die Evendierung in die Form verhindert, dass Soldaten dich zu leicht erkennen. Kann ich sie dann trotzdem einfach abschlachten? Sicher geht's mir gut. Wahrscheinlich werde ich gleich zum Anführer, weil sie die umbringen. Okay. Ich sehe schon. Komme ich auch irgendwo rüber? Und dann soll ich jetzt hier ins Wasser springen. Wird nicht funktionieren. Sage ich jetzt schon. Äh. Ah. Hier ist ein Kletterhaken. Ja, okay. Ich sehe schon, wo das ihn wird. Wäre es nicht schlauer, eben schnell damit darunter? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Ich darf keine Wache sehen. Okay. Ich mach die einfach mal weg. Die dürfen mich nicht sehen, aber ich darf sie umnieten, oder? Ich habe keinen Scheidämpfer, nehm ich mal an. Und tschüss. Den entsorge ich mal. Eine Wache weniger. Die haben mich nur im Verdacht, wenn ich näher rankomme. Eine private Villa ohne fette Mauer? Das wäre wohl zu viel verlaubt. Nee, keine Sorge, den suche ich nicht. Komm, geh weiter. Hey, ich bin einer von euch. Ich habe genau die gleiche Kleidung an wie ihr. Ich habe was gesehen, das mache ich erstmal kaputt, wenn ich drankomme. So. Einmal kurz deaktivieren. Das war wichtig. Oh, hier ist direkt noch ein Alarm. Den machen wir auch direkt aus. Ich brauche von irgendwo einen Schlüssel. Der ist bestimmt hier irgendwo zu finden, in den Häusern. So. Einer weniger. Das ist der, der ja auch am gefährlichsten werden könnte. Weil er jede Leiche sehen kann. Ich muss den Schlüssel finden. Hier drin eventuell. Ist ja einer drin. Und wieder einer weniger. Genau der Schlüssel, den ich gesucht habe. Ich darf nicht gesehen werden. Lustig, dass das Ding... Ich hätte immer noch das Wiederbelebungsding auf dem Rücken. Ich versuche, Verstärkung zu hoffen. Dann mal los. Boah. Ich bin dran. Verstanden, Danny. Legen wir los. Wer weiß, was Castillo-Kleuder gerade antut. Ganz ruhig. Dieses Gelände wird von Antons Elite-Killern überwacht. Vergiss das nicht. Deine Uniform ist hier nutzlos. Und wenn du entdeckt wirst, ist Clara tot. Okay. Ich darf nicht entdeckt werden. Cool bleiben, Danny. Ich halte dir den Rücken frei. Boah, sind hier viele Alarme. Schade, ich das Teil gerade nicht kaputt machen kann. Wo bist du verdammt? Aber was ich machen kann... Danke sehr. Hey, da sind hier viele Alarme. Das Gute ist, die eine Einheit ist alleine. Wo bist du, Clara? Das sollte ich nutzen. Oder auch nicht. Den mach ich auf jeden Fall mal eben kurz kaputt. Wenn ich kann, oben liegen und weg. Die sind blind. Blind wie Maulwölfe. Komm, dreh dich weg. Ich bin leider zu früh dahin gegangen. So. So, Leiche natürlich wegbringen. Nicht, dass die entdeckt wird. Es war halt wichtig, weil eine Einheit weniger ist eine Einheit weniger. So, den sollte ich auch ohne Problem eigentlich umbringen können. Außer der guckt natürlich genau in meine Richtung. Einfach bei der ersten besten Gelegenheit umnieten. Der hat nichts mitbekommen. Ich weiß, dass ich da rein muss. So, den schnell weg. Damit der nicht gesehen wird. Und schon bin ich wieder bei Hitman irgendwie gelangt. Ach, wie schnell man das Genre wechselt. Wo komm ich überhaupt rein? Scheiße, Daniels ist vorbei. Clara ist tot. Ja, bei der kleinsten Kleinigkeit machen die natürlich Parler, aber ist klar. Dreh dich nicht um, dreh dich nicht um. Erstmal Alarm deaktivieren, dann kann ich Leiche wegschaffen. Ich glaube, dass hier hinten keiner lang kommt. Also schmeiße ich sie einfach hier in den Garten. So, ich hoffe, das war's am Wachen. Ich will dafür sorgen, dass sie nix machen können. Dann passt das schon. Da ist natürlich eine ekelhafte Sicherheitskamera. Aber zum Glück sind hier sonst nicht viele Leute. Hm. Hm. Der steht natürlich genau da, wo ich hin muss. Guck weiter in die Richtung. Am besten noch mehr nach rechts. Am liebsten würde ich die Alarme hier ausschalten. Werte mal, ich nutze die Situation und würde den hier oben erschlagen. Jetzt merkt der andere nicht. Ja, perfekt. Das merkt der nicht. Das merkt. Das merkt. Das merkt. so jetzt habe ich hier wenigstens in dem bereich ruhe hoffentlich ist er klarer nicht glotzen setzen dann setz dich habe es geschafft ich habe akute leukemi die diagnose erhielt ich vor 13 jahren doch da war dieser arzt er versprach das was wir alle so dringend wo ihm geht's ja blendzeit doch das reichte nicht oder die ich ich will die geschichte nicht hören ich brauchte mehr sicherheit ironischerweise hasste ich kinder aber maria maria hatte so eine art und hier sitzt du jetzt mir gesunde 13 jahre alt und was passierte dann diego das viviere wirkte nicht mehr wann vor sechs monaten wie muss denn die das kondolenziert keine lügen an meinem tisch mhm aber er er führt meine vision fort also der stirbt so oder so wahrheit oder lüge immer die wahrheit du bist ein verdammtes monster ich glaube das war die wahrheit sie sie als ich klarer schnappte dachte ich ich hätte gewonnen doch es brauchte meinen sohn um mir zu zeigen was direkt vor meinen augen war du du bist lieber tat ich bin nur ein gericht keine lügen am tisch du bist legendär man erzählt schon geschichten komm schon du bist ihre hoffnung und jetzt wirst du zu meiner hoffnung das ist ein witz du raffst das einfach nicht ich sagte du sollst gehen das ist deine schuld soll sie überleben wirst du generalin meine arme ekar du wirst meine hoffnung meine legende mein danni rochers warum bist du so besessen davon uns zu spalten wahre yarana falsche yarana wir sind ein verficktes yara lass uns unsere zukunft selbst wählen mh du bist ein alter sterbender mann und du armer junge wurdest von seiner hetze indoktriniert keine sicht auf andern ich schalte den jungen aus mit wem redest du ich schieße jetzt und klara ist tot ja die steht nicht mehr auf ah jetzt kann ich eskalieren okay erstmal das weg warte mal wenn die so oder so stirbt wofür habe ich mich reingeschlichen er ist tot da ist ein wuffi der ist tot wohin ist er kann ich eigentlich mein amigo jetzt holen ja los chica chica kümmert sich um den da können wir nicht mich so lange um den er lebt noch mit dem einem fitzel warte mal eine wichtige sache schonmal erledigt der vogel ist komplett in rage er schafft er schon das ding ist auch unten so wo war das zweite etwas ist so auch kaputt tot sonst noch wir haben leben der in spiken gras beißen will ich ziehe jetzt durch ich ich bin auf dem weg ich ich bin auf dem weg ich bin auf dem weg ich bin auf dem weg da ist ich bin auf dem weg Wie ich gesagt habe, ein Junkie. Du kannst nicht aufhören. Genau wie ich. Ja, den Jungen braucht man aber trotzdem noch. Noch nicht. Clara ist tot, aber wir haben den Adlerhorst. Von dort aus werden wir den Angriff auf die Hauptstadt starten. Wovon redest du da? Du weißt genau, wovon ich rede. Es ist klar, du bist Libertatscheffe. Entweder verziehst du dich jetzt, oder du führst uns zum Sieg. Es war nie die Rede davon, den Kleinen zu tappen. Wo willst du hin? Ich bring zu Ende, was sie angefangen hat. Zeig Castillo endgültig im Chaos zu machen. Das klingt plausibel. Clara träumte von diesem Moment. Als ich sie traf, wollte ich gerade verschwinden aus Yara. Aber sie hat mir gesagt, wofür wir kämpfen. Sie hat es richtig gut erklärt. Und mit euch zu kämpfen, war klasse. Echt klasse. Ich passe auf euch auf, ihr auf mich, wisst ihr. Egal ob ihr alt seid oder jung. Das ist auch okay. Ich mag euch alle. Was ich sagen will, ist, wir werden gewinnen. Versprochen. Scheiße, das hörst du echt nicht drauf. Ja. Wow. Dani. Clara war eine gute Anführerin. Aber wir sind nicht ohne Grund bei Libertat. Wir folgen dir, Chefe. Gut. Hm. Hauen wir uns in seinem Land zurück. Dani. Lieber Libertat. Lieber Libertat. Lebe dich Dani. Wir helfen dir, Herr. Alle Händen sind versammelt. Du siehst beschissen aus. Als ob du in den Spiegel schaust, hm? Hul dich aus, Kumpai. Sei morgen wieder die Legende. Sei mit dem finalen Kampf. Herr Präsident, wir müssen an Ihre Sicherheit denken. Libertat umzingelt die Hauptstadt. Wir brauchen freien Blick auf den Sonnenaufgang. Von hier. Si, Senor Presidente. Die Araner sollen von jeder Kreuzung den Horizont sehen können. Ich habe Boote vorbereitet. Brechen wir jetzt auf. Können wir Sie und Diego... Das ist der falsche Entwurf. Ich sagte Pereira, nicht Van Allen. Verschandeln Sie Esperanza nicht mit Vaters Vorliebe für Atom. Ihr Auge ist unfehlbar, Senor Presidente. Senor Presidente, hören Sie, wenigstens der Junge sollte doch... Geh hoch! Ja. Er ist im Tode gewalt. Sehen Sie das nicht? Wieso sehen Sie das nicht? Sehen wir uns die Plaza noch einmal an. Etwas modernistisches. Wie Genere. Das ist ein schönes Modell. Okay. Dann mal los, Danny. Zeit, diesen Krieg zu Ende zu bringen. Chicharro. Du bist hier. Oh. Was bringt diese Rüstung? Äh. Kopfschussschaden muss nicht erhöht werden. Das ist sowieso ein One-Hit. Okay. Auch in Ordnung. Aber ich bewege mich generell gerne schneller. Wo komme ich nach unten? Ist halt Zeit, den binalen Krieg jetzt zu entfesseln. Willi, bist doch nur ein Pferd. Musst du mir einen von diesen Supremus? Ja, kann ich machen. Ich nenne ihn La Espada. Wie verdammt originell. Das Ding ist klein, aber wütend. Es verschießt Messer und stinkt wie ein Pferd. Mag dich eigentlich irgendjemand? Ja. Aber die ist jetzt tot. Ich weiß nicht, warum ich Klara gefrügt bin. Wir hatten eine Vision. Weil sie ganz anders ist als ich. Es gibt so viele Ruans auf dieser Welt. So viele Antons. Und vielleicht auch so viele Dannis. Aber es wird nie genug Klaras geben. Danni. Bist du bereit ein Land umzustürzen? Hmm. Was ich dann One-Way-Ticket, ne? Zeit, diesen Krieg zu Ende zu bringen. Und das Finale dieses Spiels einzuleuten. Ich kann gerade eh nicht schießen, also hören noch One zu. Knapp an der Küste. Und auch noch mit Blitzen. Passt echt. Das Wetter passt zur Gemütslage, die hier herrscht. Schön, dass der Hahn da hinten bleibt. Die muss ich höchstwahrscheinlich neu rufen. Hmm. Ne, der Hahn hat's auch so geschafft. Jetzt ist es an der Zeit, die letzte Schlacht zu führen. Mann, seid ihr schwach. Ich sag ja, ein Headshot ist so oder so ein One-Shot. Da brauch ich keinen extra Schaden drauf. Danke, dass ihr den Weg freimacht. Und das freiwillig. Ich. Ick. Ich komme ganz schnell dem Pum näher. Zum Glück habe ich das Hall etwas bei mir. Und mein Hahn ist wie immer richtig gut im Einsatz. Einfach, äh, im Kreuzfeuer 3 umgebracht. Warte mal. Wenn, dann spielen wir das Ende richtig. Einmal das. Die kann weg. Die braucht eh keine Sau. Kann ich den nicht wechseln, weil der am Boden liegt? Jetzt kann ich ihn wechseln. So, die Heilung ist ja ehre-schnell verfügbar. Laut der Revolutionärsrüstung. Jetzt geht kaputt. Der Hahn macht weiter seinen Job. Okay, ich kann den nicht wechseln. Also kann ich auch bei Shikaron eigentlich bleiben. Wann muss ich jetzt extra warten, bis der K.O. geht? Ich hoffe, dass da jetzt irgendeiner kommt. Nein. Wie möchte ich nämlich jetzt Esperanza einnehmen? Dann habe ich ein Projekt endlich mal abgeschlossen. So, Amigos. Dauert noch einen Moment. Kann mir egal sein, dass es hier schwer überwacht wird. So, einmal hochhelfen. Das klappt schon. So, jetzt sollte ich doch mal die Katze rufen können. Und habe sie natürlich ins Bett weggeschickt. Und wenn du durch irgendein Wunder diesen Tun erreichen solltest, denke da an. Der Krieg ist erst vorbei. Wenn alle frei sind. Sie, Herr Füß. Sie. Mach den scheiß Panzer blöd. Was ist ein Panzer? Was ist ein Panzer? Was ist ein Panzer? Nee. Ja, ich komme nicht dazu, mich zu heilen. Komm, Katz. Ich mir hoch. Irgendwer. Katze wurde weggesprengt. Danke, Elia. Kann ich die scheiß Katze jetzt endlich rufen? Wo ist Munition für mich? Ich habe gehört, hier soll welche für mich gelagert sein. Los, Mizi. So, aufgeräumt. Oh, eine Kiste für mich zum Mitnehmen. Zum Schluss doch mal. Diese Knarre ist auch richtig gut. Erstmal dafür gesorgt, dass der Aschblüten hat. Ich bin zur Torre, der Leon. Dass der tot umfällt. Darauf warten wir. Hi. Ach, ich liebe meine Katze. Die Mizi ist immer gut. Ach, egal. Ist eigentlich ein Abbild von irgendeinem Götzen. Kann ruhig liegen bleiben. Nee, Dani. Ich sehe. Lucky Mama. Pass auf ihn auf. Sailrutsche. Weiter habe ich das Gebiet erreicht. Oh, los. So, das mitnehmen. Wenn man schon die Gelegenheit hat. Scheiße, ja, ihr zwei. Was ist hier? Sag ihr, ich bin auf dem Weg. Wir müssen weiter gegen treten. Ach, Tockel. Wir schaffen das. Dann legen wir jetzt mal richtig los. Ist das eigentlich auch gut gegen Helis? Ich glaube nicht. Genau, Oluso. Renn voraus. Die ist eine Kiste für mich. Wie nett. Oh. Ich wollte gerade runterschießen. Oh ja. Da will ich nicht so spät kommen. Ganz bestimmt nicht. Es ist sehr ruhig. Ich wollte eigentlich das Geschütz. Genau, du mach den Medic fertig. Und ich mach die Geschütze weg. Wo komm ich hoch? Wo komm ich nach oben? Draußen ist offenbar irgendwo ein Kletterhakenpunkt. Es muss doch einen anderen Weg noch nach oben geben. Oh, gibt's denn hier keine Treppen? Ich will doch nur einen Weg nach oben. Wo komm ich hier hoch? Wo komm ich hier hoch? Verdammte Axt, nur eins. Da ist Klo. Hier ist nix. Hier ist ne Treppe. Habt's noch gesehen? Ich komme, du Dreckskerl. Ich komme und räche alle, die wegen dir draufgegangen sind. Hier sollen noch mehr welche sein, die Grieche wollen. Den können sie haben. Ich finde die Musik gerade auch richtig episch, ne? Nichts. Miezi! Ich brauche dich! Dann halt eben nicht. Warum bin ich nicht so schlau und schießt durch die Wand mit der eigenen Knarre? Ich habe schon diese wunderschöne Möglichkeit. Einmal auf Gesundheitsinfektion gehen hier. Äh, Injektion, nicht Infektion. Und durch die Wand schießen. Für alle waren die Araner. Die Zeit gekommen, sich zu erheben, um ihre Zukunft zu verteidigen. Von mir kommt keiner vorbei. Ja, sehe ich. Ich sehe, wie keiner an dir vorbeikommt. Easy gedodged. Das ist wunderschön. Ich kann einfach aufräumen. Ich kann einfach aufräumen. Mach das Leben sehmal leichter. So. Hier komme ich hoch, ne? Da ist natürlich noch ein Geschütz. Oh, hi. So. Wo wollte ich rein? Da. Da komme ich nie durch. Ist hier sonst noch irgendwer, der Schresstel? Ich habe den Knopf einfach nicht gedrückt. Da brennt was. Du hast tausende getötet. Meine Stadt in Brand gesteckt. Den Traum vom Paradies vernichtet. Das Einzige, was zwischen dir und dem Thron steht, sind ich und mein Sohn. Ich bin kein Diktator. Lüben. Du bist nicht, Clara. Yara brennt. Und Feuer löscht man nicht mit freien Wahlen. Diego aus dem Weg. Das sagte ich, als die Guerrieros meinen Vater töteten. Ich hätte nie gedacht, dass du das auch durchmachen musst. Es tut mir leid, Diego. Du bist mein Löwe. Alles, was ich tat, tat ich nur. Wartet. Du musst ihn nicht töten. Er steppt eh bald. Eine Sache noch, Mehero. Es gibt nur eins im Leben, das immer wahr sein wird. Weißt du, was das ist? Der Tod. Sie? Du beschützt ihn. Vor deinen Freunden. Vor den Monstern. Ihm passiert nichts. Versprochen. Leben. Diego. Nein! Er hat sich selbst umgebracht und seinen Sohn gleich mit. Das kommt alles wieder in Ordnung. Bleib ganz ruhig, Chabaco. Es ist okay, Danny. Nicht reden. Hörst du das? Das ist der Gestalt des verdammten Sieges. Vor mir, er hat Diego in die Brust geschossen. Willst du mich verarschen? Vergiss das Kind. Fick dich, er verblutet. Er hat dir ins Herz getroffen. Entatme dir. Lucky, ich weiß es nicht. Da ist zu viel Blut. Bleib wo du bist. Wir kommen hoch. Komm schon, Diego. Nicht sterben, kleiner. Ist schon gut. Ist schon gut, Danny. Du warst Fortunus Nummer 1. Nein. Nein. Zur Seite. Lucky, ich stehe zu mir hin. Psst. Ich frag das ja nur ungern, aber... Was machen wir jetzt? Yara braucht einen Anführer, bis wir Wahlen abhalten können. Hier gibt es nur eine Person, der ich vertraue. Sag bloß nicht du selbst. Yara gehört dir, Danny. Lo siento. Er hat es nicht geschafft. Ich bin kein Politiker. Clara war eine. Und du vielleicht auch. Der einzige Grund, aus dem wir hier stehen, ist, dass wir nicht darauf gewartet haben, dass eine Person unsere Probleme löst. Wenn Tyranei Gesetz ist, ist Revolution Pflicht. Wo gehst du hin? Yara gehört euch. Verkackt es nicht. Verkackt es nicht. Ey. Verkackt es nicht. So, jetzt kann ich mich wieder ins Bild. Ich wollte nur für diese Endsequenz Maus im Bild. Klar, es gab nämlich, Mann. Auf gefallene Helden. Auf Yara. Weißt du, Danny, es wird niemals Wagen geben. Da draußen sind mehr als genug von Castillos Freunden, die dafür sorgen werden. Gehen wir auf die Jagd? Es ist, als würde ich in einen Spiegel schauen. Einmal Gerier. Immer Gerier. Habe ich dir je erzählt, wie Santos mich mal nach Uganda geschmuggelt hat, damit ich ihm ein scheiß Zebra klaue? Ja. Gerstige Biesle. Aber das hält mich nicht auf, Danny. Oh, nee. Das war eine Geschichte. Ja. 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 Ja, das war Far Cry 6. Ein sehr cooles Spiel. Im Multiplayer wahrscheinlich sogar noch besser, weil ich habe das ja komplett alleine gemacht. Ich habe jetzt einfach beim letzten jetzt einfach durchgezogen. War spannend am Ende sogar. Ich habe dir in den letzten Stream wahrscheinlich in zwei Parts unterteilt. Ich lasse jetzt hier die Quellets noch ablaufen und verabschiede mich jetzt hier schon mal, falls nichts mehr kommt. Wir sehen uns dann hier beim nächsten Stream wieder. Mit Far Cry 6 war es das dann jetzt offiziell. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Eine Stunde. Weißt du, manche Leute sind einfach krank im Kopf. Halt mal noch. Völlig außer Kontrolle. Nächste Woche, selbe Zeit. Da kannst du einen draus lassen. So, jetzt nochmal, ne, weil das das Ende von Farquell 6 ist. Ich habe jetzt eine Weile lang die Quelle ablaufen lassen. Ich dachte mir, Speranza ist gewonnen. Damit ist das Spiel abgeschlossen. Es gäbe jetzt nichts mehr so storymäßig, was ich jetzt noch machen würde. So, ich könnte jetzt hier einfach weiterspielen. Das wäre dann so wischendlicher Kram, aber ich denke mir, warum sollte ich... Ich abschuldige mich jetzt hier noch einmal. Es war ein tolles Spiel. Aber das Ende hat sich sehr gezogen. Naja. Ich wünsche dann jetzt jedem noch einen guten Tag oder einen guten Abend, je nachdem man ja erst guckt. Dir, äh, nach in deinen Schauer. Und man sieht sich jetzt wirklich beim nächsten Mal wieder. Tschüss.